Nach einigen Monaten mal wieder. Es war so eine scheiße Verbindung, diese minimalen Videoaufnahmen draußen auf der Straße und im Land zu machen, das ist unglaublich. Bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir einfach mal kurz durch, womit sich gefällt mein Herbstgehalt. Der kleine Schock, wie viel es gekostet hat, kann ich ja dann auch mal am Ende zeigen. Ich habe die Rechnung noch da, auf das euer Herz innerlich blutet, wenn ihr die Zahl seht. Aber wie ihr zuerst seht, wieder Acrylfarben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das letzte oder volle Zip hier in Co. war, wo ich mit Acryl gearbeitet habe für den Hintergrund. Aber es ist halt, wie gesagt, wieder die Marke. Ich hatte ja schon gesagt, ich werde definitiv mehr holen. Das heilige weiß. Und braun, weil ich halt nur so ein Haselnussbraun habe und hier so ein wärmeres. Rot, gelb, lila und ein Pastelllila. Und ich weiß, ich habe weiß, ich kann dadurch mir auch ganz leicht aus diesen, also den zwei, das hier machen. Aber gerade so für Hautschattierungen finde ich es doch tausendmal praktischer, dass ich dann die helleren Nuancen schon fertig habe. Ich weiß, gerade Acryl und Aquarell ist einer der größten Vorteile, dass du nur wenig Farben brauchst und daraus ganz, ganz viele mischen kannst. Aber Acryl kannst du nicht wieder an. So anders als Aquarell kannst du es halt nicht wieder, ich sag mal, anfeuchten. Es ist nicht besser reaktivierbar. Und ja, es gibt Näpfe mit Druckkappe, sodass es auch nicht austrocknet. Und ich habe mir deswegen auch extra so ein Milchtoilett geholt, wo viele solche Dinger drin sind. Moment. Aber. Aber ich habe es natürlich auch hier schon geschafft, dass weiß der Galerie das scheiß Ding weg ist. Also die Kappe. Man kann die hier so rausziehen. Eigentlich ist die Palette voll geil. Und du kannst sie auch immer wieder nachkaufen, sodass du sagen kannst, ah, okay, ich arbeite derzeit am meisten mit, keine Ahnung, Grüntönen. Die habe ich gerade zum Beispiel noch nicht hier drin. Dann packen wir mal alle Grünfacetten rein, weil die brauche ich gerade. Aber ich bin palettenfaul. Jetzt hatte ich auch bei den PNQ gesagt. Ich spanne sich immer auf dem Papier rum, deswegen ist es für mich einfach praktischer, verschiedene Nuancen schon griffbereit zu haben. Auch wenn ich immer noch um Papier mische, ist es praktischer. Aber so. Ah, es liegt schief. Also kleine Bubbles weg. Jetzt mal die Seite mit euch. So, dann hatte ich vor Ewigkeiten mal Nachfüller von dem Radierstift geholt. Ich dachte, es ist genauso dicker Dinger wie hier. Aber wie ihr seht, es ist ein dezenter Unterschied. Aber ich habe keine Lust, nochmal für die extra zu bestellen. Und ich weiß, die werden definitiv teurer sein. Ich habe für 10 Stück von dem 1 Euro bezahlt. Also scheiß drauf. Dann kann ich ja schließlich auch mit der Kante hier machen. Dann ist es ja auch wieder dünner, als wenn ich jetzt hier mit der Fläche mache. Und es ist fein genug. Also da kann ich auch mit dem Gesichtproblems rummatscheln. Und dafür nutze ich die ja überwiegend. Und ja. Daher war ich mir so, wenn du schon die Nachfüller gekauft hast, kurz, hier ist mein richtiger Stift. Wird zwar breiter. Also ich weiß, er ist breiter, aber damit kann man halt arbeiten. Trotz allem, ne? So, dann. Ich muss sagen, ich habe diese Pinsel echt lieben gelernt. Und ich war auch mal bei einem kleinen Color Workshop von Nashi mit Aquarell, weil ich mir dachte, guckst du dir vielleicht was ab? Ist jetzt schon wieder einige Jahre her. Und sie hat auch selbst gesagt, dass sie diese Stifte liebt, weil diese Pinsel, weil die sind halt für Pinsel relativ billig. Wobei du ca. 250 Brotstift zahlst. Aber kommt halt drauf an, wie dick das ist. Aber sie furseln halt nicht, haben einen schönen Farbfluss und alles. Und ja. Also wenn ihr vielleicht euch mal hochwertigere Pinsel holen wollt, von mir gibt es das Grün und auch von Nashi. Keine Ahnung, ob ihr sie mögt, kennt, liebt. Ja, jedenfalls gibt es von ihr auch das Grün, ne? Ähm, ironischerweise, ich glaube, ich habe beide Größen. Ich habe auf jeden Fall null. Aber scheiß drauf. Ähm, ja, der ist inzwischen ausgefranst, deswegen. Ich habe halt die Kappe verloren. Vier weiß ich gerade gar nicht, aber so für größere Dinge. Ähm, und dann habe ich zweimal dasselbe Papier. Einmal in braun und einmal in grau. Es ist wirklich, es ist kein krass hochwertiges Papier. Es ist für mich einfach nur für Buntstift los. Also wenn ich halt nur mit Buntstiften koloriere. Es sieht halt tausendmal geiler aus auf so einem farbigen Papier. Insbesondere so braun, schwarz und grau. Es gibt die auch in schwarz, aber du kannst ja nicht radieren. Und ich habe keine Lust auf Leuchttisch. Beziehungsweise ich bin zu faul dafür. Ich nehme die eigentlich immer nur für Apokram, weil halt mein Drucker nur normales Druckerpapier aushält. Alles andere, was nur minimal dicker ist, spinne da rum von wegen, äh nein, es ist zu viel Arbeit. Deswegen muss ich dann halt immer selbst übertragen. Egal. Ähm, tja, selbst bei schwarz ist es ein bisschen sinnlos. Und kannst halt wie gesagt auch schwarz nicht radieren. Da kommst halt die Farben extrem geil raus. Aber ist halt wie gesagt dieses, ich sag jetzt mal, Zeichenproblem. Oder immer erst gibt es ein Problem. Bei denen kannst du halt schön beides arbeiten. Wobei hier mehr die dunkleren Farben, denke ich mal, rauskommen werden. Und hier die hellen. Aber, ja, ich freue mich drauf. Und, ja, ich glaube, ich werde da auch nochmal Auftragssorts eröffnen. Und ist mir scheiße egal, ob sie ignoriert werden oder nicht. Ich probiere es einfach. Und, ja. Ich konnte mir halt echt nicht kneifen. Ich fand beide Papierfarben echt schön verbunden. Daher, ja, meine Arme, es geht. Wobei, die waren doch billig. Der teuerste Block, seht ihr gleich. Den habe ich eigentlich nicht gebraucht. Aber ich habe das Papier so betatscht. Ich liebe es, bei Blöcken das Papier zu betatschen. Das könnte ich stundenlang machen, Alter. Und es fühlt sich so unglaublich schön an, dass ich mir sage, scheiß drauf. Du probierst es einfach mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für Aquarell auf jeden Fall Copics klappt. Weil, klar, es gibt spezielles Copic-Papier. Aber ich persönlich hasse es abgrundtief, weil es ist so dünn. Und, ähm, ich schaffe es immer. Mindestens einmal so einen richtig fetten Falte beim Radieren reinzumachen. Egal, wie vorsichtig ich eigentlich vorgehe und halt auch festhalte und so. Und ich muss halt beim Halten dann auch nicht Angst haben, dass es mir wegknickt und so einen Scheiß. Ich weiß nicht. Mögt ihr lieber dickeres oder dünners Papier? Ich bin grundsätzlich für dickes Papier. Und auch halt, weil ich recht viele Farbschichten immer habe, ist es besser. Ich habe dann dickes, da brauche ich keine Angst haben, dass es mir durchschubbt. Oder vielleicht auch mal auffranst, weil halt zu viel auf einmal da ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ich bin definitiv gespannt, ob das vielleicht das Papier ist, womit ich endlich mal Aquarell wieder hinkriege. Ich will es nicht aufgeben. Aquarell hat einfach so eine schöne, lockere, ich sag jetzt mal, Farbatmosphäre, dass ich die echt gern mal ab und zu immer wieder mal so einen kleineren Artworks einfangen würde. Einfach nur wirklich nur ein Charakter. Oder vielleicht ein bisschen Hintergrund, aber nichts krasses. Einfach, dass dieses Medium in Fokus steht. Das würde ich echt gern wieder hinkriegen. Derzeit hat es leider nicht geklappt. Und deswegen kommen wir damit zum teuersten Blog. Super Überleitung und so weiter. Und ja, es ist Winster & Newton und das ist eine bekannte Aquarellmarke. Und weil hier auch Aquarellpuncherei auf dem Dings ist, dachte ich mir so scheiß drauf. Du probierst jetzt einfach mal damit rum. Fühlt sich voll geil an. Und ich glaube, irgendwas hat es gekostet. Du hast 25 Blätter drin, alles tibi-doppi. Ja, es ist wie gesagt schön dick. Fühlt sich total geil an. Ich liebe heiß gepresstes Papier. Ähm, ja, gehen wir weiter. Und yay. Damit sind wir beim teuren Motherfucker. Ich habe es nicht monetarisiert. Ich darf vom Fluchen. Hier ist es auch wieder ganz wichtig, hot pressed. Aquarellpapiere werden meistens eigentlich eher kalt gepresst. Dadurch sind sie dann auch rau. Mal mehr und mal weniger. Je nachdem, was man halt haben will, sage ich mal. Und dadurch können sie auch mehr Wasser vertragen und wenn nicht so stark und alles. Aber sie sind eben rau. Und egal mit welchem Medium ich arbeite, ich tue unglaublich gerne mit Buntstiften nochmal Kleinheiten herausarbeiten. Und dahergehend ist mir Hotpressed echt unglaublich wichtig. Ich fühle es halt inzwischen auch, weswegen ich angefangen habe, mal alles zu betatschen. Ähm, und ich weiß halt, du kannst auch mit denen auf Copics arbeiten. Ja klar, es zieht mir als normales Copic-Papier, aber es ist schön dick und fühlt sich mega geil an. Jedes Copic-Papier stinkt dagegen ab, Leute. Und weil ich halt auch nie weiß, ob ich jetzt plötzlich mal Bock habe, mit Acryl oder Aquarell nochmal was raufzugleichen. Das ist dann immer praktischer, als ob ich Papier habe, was beides verträgt. Ist jetzt ein bisschen zum Nachteil der Copics, weil es, wie gesagt, mir saugt. Aber ich kann damit leben. Mir geht es halt vor allem darum, dass ich ordentlich blenden kann und so ein Scheiß. Ja, ich bin halt eine Color-Bitch. Das ist so bitt. Na. Ähm, dieses, ja, Baby, hat sage und schreibe 28 Euro gekostet. Es ist etwas größer als auf hier. Und es tut mir immer noch am Herzen weh, aber es war so, ich hatte mal einen ähnlichen Block davon. Und ich dachte mir mal, ich probiere jetzt einfach nochmal den hier. Der ist noch ein bisschen mehr für Wasserbasis ausgelegt. Und ja, ich hoffe, 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 dass es entweder mit dem oder mit dem davor endlich wieder dabei ins Rollen kommt. Und ja, geht auf jeden Fall schön aus, ne? Und es gab halt so ein Testblatt, wo du datschen konntest. Also ich weiß, es fühlt sich gut an. Und ich habe halt, wie gesagt, schon so einen ähnlichen gehabt von der Marke und weiß, die sind auch an sich nicht schlecht. So, dann eins geht zum Buch, weil man A nie genug haben kann. Ähm, und kurz der Hahnemühle. Ähm, wahrscheinlich kennen einige von euch den sogenannten Mixed-Media-Blog von deren Marke. Ähm, ich persönlich habe wegen diesem Blog voll mit der Marke abgekackt. Also ich habe gesagt, äh, nein. Weil der saugt so extrem, egal ob Aquarell oder ich auch einmal so mutig war, Copic ausprobieren, was extrem gefranst hat. Das ist einfach nur abartig darauf zu kollern. Also, wenn ihr es könnt, mein Glückwunsch. Ich habe das Kotzen bekommen, als ich nur versucht habe, eine kleine Fläche ordentlich zu kollern. Das war so... Es war wohlgemerkt ein großer Blog. Das hat dann noch mehr wehgetan. Weil ich halt immer am liebsten auf großen Formaten arbeite, weil ich dann immer gleich große Blog. Das ist immer ein Risiko, aber naja. Ich habe es dann halt später einer Freundin mitgegeben, die dann bei mir übernachtet. Da habe ich gesagt, hier, gönne ich dir, weil das Papier ist für mich scheiße. Viel Spaß damit. Ist mir scheißegal, was du damit machst. Günstig halt. Aber das Skizzenpapier fühlt sich echt saugeil an. Und mein anderes Skizzenbuch, wo ich jetzt die ganzen Konzeptdinger drinne hatte, ist halt fast alle. Und das war wohlgemerkt so ein Ramschding von Kaufland. Wenn die da so diese Schulzeit wieder haben und dann auch Skizzenbücher raushauen. Ab und zu auch mal Blanko. Was du ja echt noch selbst findest. Das war halt echt so ein Billig-Ding. Und ich habe mir jetzt mal halt das geholt mit ein paar mehr Seiten. 160, baby. Und das ist entsprechend dick. Es ist... Ich freue mich drauf, es bald voll zu kritzeln. Wie gesagt, ich habe nur noch ein paar Seiten in dem anderen. Und dann ist es voll. Und dann kann ich das hier voll hauen. Ich freue mich drauf. Und dann ein Mittelding zwischen A4 und A5. 18x26 von Börsner. Die waren irgendwie runtergesetzt. Und das soll dann für Lineart gedöhnt sein. Ich glaube aber auch, dass ich da mit Copic drin kann. Weil das Papier fühlt sich auch wieder echt geil an. Es ist halt so richtig schön glatt. Du merkst, es ist eine... Ich sage jetzt mal Schutzschicht drüber. Die an sich dann immer eher ein Zeichen dafür ist, dass es auch für Copic geeignet ist. Wie gesagt, ich muss das ausprobieren. Aber eigentlich ist es mehr für mich so Lineart gedöhnt. Weil ich gemerkt habe, irgendwie machen mir so reine Lineup-Bilder auch mehr und mehr Spaß. Ich habe deswegen auch schon vor Wochen eine OC-Aktion auf Facebook aufgerufen. Und wollte die eigentlich auch schon langsam an den Ruf nehmen. Aber ich habe mich endlich mal mit einem Charactersheet von den Youngshows auseinandergesetzt. Ich habe leider bei der Laterne, also bei ihrer Laterneform, was mitverstanden, was das Farbschema belangt. Und deswegen muss ich mir gerade Währung verdienen, um da wenigstens etwas aufzuwerten, damit es nicht nur einfarbig ist. Weil ich persönlich hasse einfarbige Farbschemen. Weiß ist der größte Abkotz. Schwarz ist so... Aber allgemein so einfarbig ist so mein persönlicher größter Hass. Weil ich liebe es halt so mit verschiedenen Farben zu arbeiten und Farbnuancen beim Schatten halt. Und wenn ich dann aber einen Charakter bekomme, der nur weiß ist zum Beispiel. Weil Frau Holle... Ich frage dann auch immer ganz vorsichtig, kann ich bitte jemand anders haben? Weil mir macht das einfach keinen Spaß und ich weiß, das wird dann nur hingerotzt. Monochrome Winder können auch ganz geil sein, aber dann sollte ich auch wirklich Lust haben auf monochrom. Und nicht auf... Ja, ich muss jetzt mit leben. Ganz geil finden? Ich nicht. Ja, das war's. Das tut echt schon wieder weh, dem ich drüber nachdenke. Ja. Was glaubt ihr denn, wie viel hat das gekostet? Ein Skizzenbuch? Zwei Skizzenbuch. Ein Aquarellblock, wo ich auch schon den Preisdurchendurch genannt hatte. Ein anderer Block, der sich ganz geil angefühlt hat. Zwei farbige Blöcke, weil bunt hieß. Acryl. Radierstift, weil es als Ming. Und man kann nie davon genug haben. Und nochmal Pinsel, weil ich nicht Aquarell aufgeben will. Ja, was glaubt ihr denn, hat dieser kleine, aber feine Berg gekostet? Ich lasse das einfach mal ein paar Sekunden zum Überlegen. Und ja. Ja. Kommen wir mal jetzt in der Stunde der Wahrheit. Mein kleiner, aber feiner Kassenbon. Moment, ich muss kurz was gucken. Okay, nein, steht nicht drauf. Hier. Der Zeichenblock. 6. 50? Oh. Ich hatte was anderes im Kopf. Egal. Das Börsner Zeichenbuch halt. Es hat aber auch wieder um die 100 Seiten. Knapp 15. A4-Skissbuch. War sogar Wiss von Hahnemühle. War billiger. Das war echt so the fuck, aber okay. Ach nee, warte, das hat nur 64 Blätter. Ja, aber es hat halt eine andere Beschichtung und ist ein bisschen dicker. Scheiß drauf. Dann die zwei farbigen Blöcke hier. Jeweils 8 Euro. Nur mal kurz. Also hier die zwei. Damit ihr mal mehr das von können. Fällt gerade auf, das ist voll verwirrend. Und wie gesagt, dieses Baby mit, okay, es ist nur, nur knapp 27,28 Euro. Wuhu. Lukas, Kühlstudio. Ah ja, stimmt, genau. Die Acrylfarben. Wie gesagt, knapp 3 Euro das Ding. Und für 75 Milliliter, das hält echt ein Stück, das ist Toppreis, sag ich euch, Leute. Tap, tap, tap. Dann der Radiogummi. 2 Euro. Und zum Pinsel, wie gesagt, so knapp 2,50 pro. Das war der Nuller mit fast 2,50 Euro. Der dickere. Und jetzt kommen wir zur ganz, ganz bösen Zahl. Na, habt ihr schnell gerechnet? Nein? Auch gut. Fast 100 Euro. 99,49 Euro. Ich hätte noch was für 50 Euro, hätte ich wenigstens schon eine schöne Schnappzeit gehabt. Also 99,99 Euro, aber nein. Das hat echt wehgetan. Ähm, aber ich muss sagen, das ist dann auch so mein Jahreseinkauf. Oder wenn ich vielleicht sehr gut gelaunt bin, ähm, dann vielleicht zu Weihnachten nochmal kurz hin. Aber an sich habe ich eigentlich so ziemlich alles. Zumindest von da. Ähm, was so Buntstifte, Aquarell und, äh, Marker angeht, haben sie auch da. Aber A, die Copics sind da echt überteuert. Ähm, weil, ähm, kauft bei Zeichencenter Ebeling. Ihr bekommt A-Mengen-Rabatt. Zum Beispiel bei Copics sonst immer ab 10 Stück. Ähm, und sie sind halt auch allgemein günstiger. Also die verkaufen es, ich glaube, wirklich am günstigsten allgemein. Betonung liegt auf, ich glaube, wenn ihr günstigere Quellen gebt, ja damit. Aber zum Beispiel, ähm, bei Ebeling hast du für einen einzelnen Copics-Sketch ungefähr 5,50. Ich war halt echt lange nicht mehr da. Nächsten Monat gehe ich endlich mal wieder hin und hole mir ein, zwei neue Töne und, äh, ein paar Auffüller. Vielleicht auch ein paar Buntis, wer weiß. Bestimmt. Ähm, und ja. Und bei Bössner war es zwischen 7 und 8 Euro. Es war da nicht so, Alter. Ähm, ein Copic Inc, also die Nachfüllerkosten bei Ebeling knapp 9 Euro nach der letzten Erhöhung. Bei Bössner über 10 Euro. Also, wie gesagt, wenn ihr günstigere Läden kennt, rennt da hin oder bestellt da. Aber ich persönlich liebe Ebeling, unter anderem Wegeling, Mengenrabatt und so. Und kann es nicht nur empfehlen. Egal ob online, weil sie haben auch einen guten Versand, oder halt auch man selbst dahin fährt. Wenn du selbst dahin fährst, hast du halt die größere Versuchung. Aber ich verkehre selbst dahin. Liegt halt auch nicht so weit entfernt. Und ja. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe versucht, mit dem Intro mal so etwas semi-professionell zu sein. Ich weiß es nicht. Aber es hat mich echt eine übelste Überwindung gekostet, muss ich sagen. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ich von euch lesen darf. In Form eines Kommentars. Oder wenn ich in der Benachrichtigung bekomme. Kanal oder Channel, was weiß der Geier. XY hat dich abonniert oder so. Ist auch voll cool. Oder wäre voll cool. Und wenn ihr gerade Zeit und Lust habt, guckt doch mal bei ein paar anderen Videos vorbei. Oder zum Beispiel eine von denen, die entweder schon aufgeploppt sind oder gleich aufploppen werden. Der Like-Button, also meine kleine Profil-Vorschau wegen Abonnieren ist natürlich auch wieder dabei, weil es muss. Ja. Ihr habt meine Stimme genug gehört. Ihr braucht jetzt bestimmt eine Pause davon. Und das ist mal im Vergleich zu meinen anderen Videos. So, komm mal relativ kurz. Ich halte jetzt besser die Stauze, bevor es wieder zu lang wird. Man sieht sich, man hört sich. Hoffe ich. Auf Wiedersehen.